Fifty Languages 83 83 Past Tense 3 Vergangenheit 3 To make a call Telefonieren Telefonieren I made a call. Ich habe telefoniert. I was talking on the phone all the time. Ich habe die ganze Zeit telefoniert. To ask Fragen I asked Ich habe gefragt. I always asked. Ich habe immer gefragt. Ich habe immer gefragt. To narrate Erzählen. Erzählen 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 I narrated Ich habe erzählt. Ich habe erzählt. Ich habe erzählt. I narrated the whole story. Ich habe die ganze Geschichte erzählt. Ich habe die ganze Geschichte erzählt. To study Lernen 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 Erzählen Ich habe gelernt. Ich habe gelernt. Ich habe gelernt. I studied the whole evening. Ich habe den ganzen Abend gelernt. Ich habe den ganzen Abend gelernt. To work Arbeiten 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 I worked Ich habe gearbeitet. Ich habe gearbeitet. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Ich habe das ganze Essen gegessen. Ich habe das ganze Essen gegessen. Ich habe die ganze Wasser EreCo